Nyeeeh Hi 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 Leute aus der Zukunft und herzlich willkommen zu diesem Filmen. Heute befinden wir uns in einem WC. Um das zu beweisen, ein WC. So, jetzt ist es verschwunden. Ich selber bin eine sehr erfahrene Schminkerin. Ich schmink mich seit ich 8 Jahre alt bin. Ich habe den Beweis. Darum habe ich gedacht, gebe ich euch ein Tutorial heute, wie ich mich schminken. Man fängt an mit einem ganz einfachen Gesicht. Man braucht einfach ein Gesicht. Schritt 1 Nachdem man ein Gesicht gefunden hat, kommt man weiter zu Schritt 2 Schritt 2 Ich will natürlich ganz einen natürlichen Look anpeilen. Natürlich. Für das habe ich gedacht, fangen wir zuerst mit den Augen an. Jetzt braucht man so ein Ding, das man für einen Franken irgendwo hätte kaufen können. Das war wirklich 1 Franken. Anleitungen lesen ich nicht, weil ich bin eine erfahrene Schminkerin. Ich werde jetzt einfach das nähen. Und weil es da so Striche hat, zum oben anzuschneiden. Die haben wir es einfach oben anzuschneiden. Blubblubblub. Und das ist dann Schritt 3. Schritt 3. Schmink. Schmink. Ähm. Ja. Wir tun das dann so auf unser Lied. Ok. Schritt 4. Schritt 4. Der sexy Fisch. Die Haas. Was auch immer. Nass machen. Und was machen? Lalalalalala. Das wird alles voll. Aber wir sind in einem WC. Uuuuh. Oh, die hört schon mal. Das ist noch lustig. Aber hey, ich mache es ja jeden Tag. Also... Durch mein tägliches Schminken ziehe ich da meine ganze Lebensenergie raus. Und wieder waschen drauf. Jetzt erzähl ich euch euch. Was ist weiss und viereckig? Ein Pingpong-Klätzli. Oh, die Haas sind sexy. Oh, yeah. Jetzt kommt der Unterrandtrasse. Ups. Ja. Oh, yeah. Nailed it. Uuuuh. Uuuuh. Ha. Jetzt haben wir unseren natürlichen Look schon fast erreicht. Aber es hat noch etwas, um am Gesicht noch so ein bisschen barb zu gehen. Nämlich die Lippen. Ich habe fast keine Öffnung mehr. Bää. Jetzt ist mein Akku noch lange bis zum Schluss. Nehme ich keinen normalen Lippstift. Und zeige euch am Schluss das Resultat bis rauskommt. Ha. Ich habe mir noch ein paar wunderschöne Lippen gemacht. Schritt 6. Schritt 5. Rausen gehen und die Welt erforschen. Leute, ihr habt es geschafft. Es sind natürliche Schönheiten. Und seid jetzt geschminkt für alles. In die Badewanne sitzen. Ich kann mit dem Look in die Disco gehen. Ich kann mit dem Look andere Leute anmachen. Hey. Ich kann mit dem Look Hunde anmachen. Hey. 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 Ich kann so viele Dinge mit dem Look machen. Und der Look ist einfach genial. Nein, aber ganz im Ernst. Weniger ist mehr. Hier. Danke, dass ihr diese Biste angeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat. Gebt mir doch den Daumen gegen Huren. Und dann zeig ich jetzt. Ganz im Ernst. Ich werde mich attacken. Ich bin sehr schön. Oh, ey. Okay. Ich bin echt viel Pottrudi-Hur. Ich bin super Pottrudi-Hur. Bis zum nächsten Mal.